hier sind es genähtet werden kann mit aufschloten oder spontan ich gerade als brent gibt es in als wenn das hat zwar den sieben schlöschungen schienbruch da ja doch nicht richtig wenn du so weit bist und so es geht ich bin nur mehr genutzt durchschwingt wo soll er war und er wird wo er hat ich schaue ich schaue obwohl er abgibt es bestätigt schwarz-weißer umgeben Kürz kann es ganz gut erkennen Falscher Knopf bist du gestolpert oder? Die Brotienien und die liegen manchmal so blöde hier rum Das ist die Tastbelegung, ich habe die anders gemacht als bei bei das Dilltel-Anhemann kriege ich manche Tasten nicht so belegt wie ich will, weil dann genau ein anderer Befehl macht und deswegen muss ich mich da auch anders bewegen ich habe bei Arma 3 Stimmeln und bei Arma normal alles so gestellt wie immer weil ich schade dieses ich könnte mir jetzt mal über der Schiffleifung funktionieren ich habe irgendwie eine gute Schildung, so etwas freier zu lassen ich habe doch hier auch ein bisschen was verloren Was hast du verloren? Blut Blut verloren Crash, äh, Keln, hier ist auch wieder irgendwie ein Keln, was Crash, ach, das ist nicht bei uns, das ist das Keln, das ist das kleine Ne, das Keln ist unterhalb des Berges Richtung Berenzine noch ein Stückchen das ist aber in der Nähe von dem Berg, also praktisch das ist der Ort eigentlich unterhalb des Berges Richtung Berenzine Ja, siehst du mich gerade, wo ich bin? Ich sehe ja da nur schöne große Schrift, ja siehst du, wo ich gerade noch bin? Was? Was? Ist nichts drin, kommst du drauf? Was ist hier drin? Ich will das nicht fahren? Bist du auf das Erfn fahren? So, ein Runddrehen. Genau. Machen wir wieder eine Sniper hier. Futterparad. Sniperfutter. Oh, nice. Ich luchte da durch nicht mehr. Oder ob es rot ist. Alles ist schwarz-weiß und das Ding, das leuchtet rot. Sonst würden... Was du mal schon mal auf der Ökonomie schon mal drüben siehst. Ja, komm los, gleich aussteigen. Und mal fix hier was mal reingucken. Wenn runter... Ich geh in AST. Kann mal hören sie. Die Barockereien. Hast du gerade ein Auto gefunden? Nein. Hab ne Autotypen gehört. Ja, ja. Hat ein Auto... Innen hat ein Auto auch so zugemacht. Ja, ja. Guck mal, es fährt hier auch. Ja, fährt gerade vom AST weg. Hast du den Rucksack aufgemacht? Ja, ja, ja. Entschuldigung. Puh. Guck mal, wo der hin fährt. Der fährt runter. Ah, dann ist das andere Ende für uns weg. Ich hab gerade in den Rucksack aufgehoben. Okay. Der ist abgehauen, ne? Verangst. Oder wie? Lauf zum AST rüber. Da ist wahrscheinlich nichts mehr in uns. Und da... Must read to pick up design. Sag mal, Alter, weil du nicht drin war. Das hab ich schon so. Muss immer noch mal machen. Warten im Moment. Ich bin im AST drin. Okay. Also ich bin ja gerade hier am... Beute looten. Aber hier ist... Müll... Bündner drin. Das hier. Und sonst ist die Bude knackeleer. Der Typ ist sowas abgehauen, ne? Ah, na ja. Ja, so ist. Komm auch mal zu dir rüber. Oh, Schuss. Oh. Bist du tot? Auf dich oder mich? Nein. Werde noch? Werde noch? Werde noch? Werde noch? Ja, das klang von der Richtung. Die Frage ist, wurde gerade jemand getötet, ne? Ja, ne? Könnte sein, schon was damit sein wollen? Das ist ja, äh, Cyber. Ich hab' nichts gesehen, ne? Ich hab' nichts gesehen, ne? Ich hab' nichts gesehen, ne? Okay. Hast du gerade geschossen? Nein. Okay. Wo hab' ich dich hin, du von der Tür? Bauen wir die Tür zu. Warte, ne? Und ich tu' mal Frau Zuckerberg öffnen. Ich hab' nur sowieso Sardinen gewunden, um was zu essen. Der Schuss war aber nicht allzu weit weg von dir, muss ich sagen. Naja, der war ungern. Ich hätt' nur sagen, äh, vielleicht sogar... Einfach nur dich. Nur quer rüber. In diesem Factory-Gebäude. Ich lieg' jetzt praktisch hier oben. Hier. Komm' mal, komm' mal hier zu. Ich mach' mal, komm' mal hier zu. Ich mach' mal, komm' mal hier zu. Naja, es blendet halt. Die Scheibenblenden halt, ja, muss ich mir schlecht. Was kommst du überhaupt rein? Ja. Oh, so steh' ich ja. Stimmt. Ich hab' mich aber gleich hingelegt, und ich bin nicht aus Druck gelaufen. Ja, ja. Schüsse? Ja, da hab' ich getroffen. Durch die Tür durch. Ah, ich weiß, wo ist. Ah, ich weiß, wo ist. Wie ist das? Oben auf dem Factory-Gebäude, ja. Warte mal. Das blöde ist, wir haben ein Gegner links, ein Gegner vor, und jetzt hinstellen das blöde. Warte mal, warte mal. Ich seh' ihn. Kann ich ja aus den Scheiben rausschießen. Ich weiß es nicht, du scheiße, 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 scheiße. Was hast du? Ich leg mich hinterm Tisch, ne, der hat gerade in unsere Richtung gezielt. Er steht da oben, direkt neben dem Offgang, siehst du den Offgang? Der wackelt immer hin und her. Ja, ich seh' ihn. Das Problem ist bloß, links ist auch noch einer gewesen, der hat ja vor uns geschossen. Ich weiß nicht, ob die zusammengeführt werden. Ist der noch dort? Der ist noch dort. Ja, ja. Hallo? Ach nee, der wackelte immer hin und her. Jetzt hat er noch Position gewechselt. Das ist jetzt eine Meter von dem Pneum in der obersten Etage. Ja. Ist jetzt wieder direkt neben dem Treppenaufgang. Leider nicht getroffen, oder? Ja, nicht weg nach hinten. Ja, das ist jetzt schon so. Neu dienst. Jetzt kommt dieser Tante auf den Angriff. Und das geht es jetzt. Ich habe jetzt wieder. so ein bisschen das ist alles zu dir wenn schon die konkurrenten das ist genau ich komme um die zunten hochwertungen die zu menschen wir haben später nicht was passiert denn da nicht in dem Torwart was ist denn der ist wieder verpackt hier ich sage den da so der Axt an was macht der erst mal die Pstule und dann achten ich wollte die Axt nehmen ich bleibe ich überlegen wir sehen was passiert denn zumindest ob der mir vorbeiläuft oder ob der mich herrlichst du vorbeiläuft Alter mein Herz schießt er auf dich ich weiß es nicht jetzt kamen die Schüsse aber von von zuorten von Wurf aus dem gleichen Gebäude weil ich auch gleiches Gebäude gedacht dass das der Zombie in die Spiele ist oh Alter das ist ja geil verpackt ich hab grad die Scheiben weg das ist natürlich für die Sniper gut aber für mich auch das ist die Stuttgart ich sehe ihn aktuell nicht um er ist in den Dienst ich bin so und guckt die das gleiche ist mit dem Auto bestimmt und so ist möglich ich bin zurückgekommen da zeigt sich aber auch nicht der hat ja bestimmt gedacht dass er ein Zombienspieler ist und die Wache ist wo hat ja den oben der kam oben bei mir zur Tür rein ah ich seh uns oben ist er wieder von uns aus gesehen ganz links auf dem Ding ja ich bin halt leider rechts ich kann halt auch nicht so weit gucken weil ich ja auf dem links drauf stehe ich kann natürlich weiter vorkriechen und dann im Schutz von dem Schrank ja aber du wirst dich wenn der Sniper schon auch dein Kopf die ganze Zeit zieht weil der weiß wo du bist wie du dich genug bewegt hast und den anvisiert hast und willst schießen ja er wird dich weggekrallt haben der rankt oben auf der obersten Plattform hin und her der kommt aber jetzt nicht gebaut gelaufen der wird nicht recht also wenn bis so weiter meine Schmerz aus dem schenken ich denke ich habe nur noch und wenn der Faktor im U-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus-Bus ne da wo er es vorhin war wo er wegen geschossen hatte ach du weil er dort hin kommt ja ja da kommt ein Zombie über die hoch ich hoffe dass ein Zombie ist bereite ich schon mal vor dass es doch jemand ist ja das ist ein Zombie der Typ rennt noch oben rum das ist wieder ganz links und ich gucke ihn aber rechts rum naja nach rechts weil wenn der auf der Plattform rechts steht ich bin ich muss wahrscheinlich zu hoch da habe ich an sein Kopf vorbeigeschauen wird jetzt schon wie kommt das Treffer runter zu dir schon gehört hast du ja warte mal da läuft jemand und auf den Sonnen und auf den Sonnen und dort Freunde sind wir noch oben jetzt kommt er nach rechts rüber jetzt kommt er noch nicht ganz jetzt wird leichter das steht noch im hinteren Bereich von der rechten Seite aber nachsehen gehen aber aus dem Treffer nicht scheiß dritte Person ich meine ich nütze die auch gerade mehr aber was helden ich könnte nicht mal rüberrennen und den Wegschieden weil er würde uns bringen ich bin mir sicher ob jetzt von links ein Zombie kommt oder ein Spieler ne das Zombie der Typ ist wieder in der flüten Position der Konkurrenz was ich hab den getroffen ich sahen auch gut zum Schwerpunkt jetzt kommt Marien nun mal so heute noch heute noch nicht die Pistole GDF hat so viele ist doch das ist doch zum Kotzen und die Oben von Wochen kann wiederkommen doch dann bis auf die Schuhe ich will das schloss kaputt machen er und ich habe es nur ein bisschen in der Nähe der Menschen so noch mal also wird es ist schön dass wir dann noch was in den Sektion die was ist denn das ablösen ja auch das ist die Frage doch das sind Schüsse, SD-Schüsse sind das auf deine Bude? Ja, ja, hier oben Ich mach mal kurz den Testschuss, aber ich will nur wissen, wenn ich jetzt mit der Abziehe, wo ich genau hintreffe Das kann sein, dass die Kleinzeit ihre Scheiben noch haben deswegen schießen die die gerade kaputt Nicht durchschießen, also das ist so typisch, du kannst zwar rausschießen, aber nicht reinschießen und umgedreht, kannst rein, aber nicht rausschießen Alter, ich hab vor 3 Sekunden gedrückt, dass da jetzt eine Axt erhacken kann und jetzt zu der erste Pistole in der Hand nehmen und jetzt die erste Axt Ich bin noch recht angespannt Verdammt Hotel Die sind schon mit der Kugel, um den Eindruck Riesdorten 5 Minuten Hä, Schüsse Ne, das war ich mit Achso Achso Aber ich kann trotzdem noch Schüsse an Naja, aber das ist lustig Sie hörchen ja nichts Das ist komm Das ist erst gut Ich hab nur die Einschüsse Ich hab nur die Einschüsse Mich auch aber Doppelbauer Aber ich hab nur die Schüsse Aber nicht mit der Entfählen Es war 68 Dauer, das ist so schön mit der Handpistole die mir in der Entfählung Die, die mir in der Entfählung Wenn du sollst sie entnehmen, die S8 In der Entfählung Ich hab nur die Entfählung er hat schon das Recht das schießt hier auf das Gebäude mit mich nicht nur der Straß zu brechen bei jedem richtigen Spiel mit viel Gornix gesehen es ist ganz schön nicht rechts und Abmengen der Tour weiter nimmt sich in den Schwerungen bei der Politik zu tun nach der jünglichen die Inseite erschossen es kann sein hier noch versuchen und um zu tun er hat auch die Schöpfung vor oder Prozent doch nicht nicht mehr ich weiß nicht ob der vielleicht Prozent derjenige das denkt dass wir allein müssen das neue Maserland da muss können ich habe mich hingeliebt ich bin darüber geboten und eigentlich hätte ich Zeit ich bin die Idee ich renne jetzt rüber ja das dass du kannst sowieso nicht gut und jetzt nicht nicht mehr wirst du was mit schluss eigentlich auch eigentlich aus dem zweiter warum wurde von den gelaufen ist da kommen wir die schlüsse eigentlich hin schluss hat man ja auch stammt ich gucke auch schon und wir sind während ein spieler scheint und zum das klingt nach spieler so verwendet und rein ja stimmt da fühlen wir noch von oben weg Was, bist du verletzt, Jens? Ja, was auch, 15 Sekunden später. Ich hab den, ey, Morgon jetzt ohne Scheiß. Hast du ein bisschen tot erlebt sie noch? Ich bin tot, aber das lustige ist, ich hab auf den geschossen, hab ich mich zur Seite bewegt, und dann kam die jetzt, öö, weißt du? Ja. Ich reihe jetzt auch, wenn ich mir egal. Ja, es ist zu spät, da ist gerade das Connect, äh, ist auch von Rüster. Was ist denn das? Scheiße, was ist denn das für ein Dreck? Kann man nicht wahrsehen, Mann. Komm gleich wieder. Ja. Was ist denn das? Ja, du bist nicht so gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017